Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Modern Warfare 2 Gameplay Commentary und zwar habe ich heute für euch Bodenangriff Team Deathmatch auf meiner Lieblingsmap Afghan mit der F2000 mit Schalldämpfer, Plunderer, Feuerkraft und Ninja als Perks. Samtex und Stangrand hat natürlich dabei, ich würde nie auf die Idee kommen die Claymore mitzunehmen, würde ich wirklich nicht. Und ja, das Gameplay ist halt eine Wunsch-Nuke, deshalb wisst ihr auch alle, dass es eine Nuke ist, weil es steht im Titel, dass es eine Wunsch-Nuke ist und ich würde kein F2000-Gameplay im Team Deathmatch hochleiten, was keine Nuke ist, obwohl ich auf Nuke gehe. So viel dazu. Viele haben ja gesagt, ich soll eine Wunsch-Nuke mit der F2000 machen, obwohl ich eigentlich schon längst eine hatte, die musste ich aber löschen und deshalb habe ich jetzt nochmal eine gemacht. Vor allem, weil viele Leute auch nicht wussten, dass ich schon eine hatte und das irgendwie nicht gecheckt haben. Naja, hier ist jetzt eine, die ist halt ganz Standard-Afghan-Billig-Spawn-Gameplay. Und ja, so viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Ich bin ja jetzt aus dem Urlaub wieder gekommen und ich muss sagen, ich habe ja schon einen Commentary seitdem gemacht, aber naja, ich habe jetzt viel Halo seitdem gespielt, viel Halo Reach, bisschen Halo 3 und auch natürlich ein bisschen wie der MW2 und MW3. MW3 geht schon mal gar nicht, das habe ich eine halbe Stunde gespielt, da habe ich keinen Spaß dran, das kann man komplett vergessen, das Scheißspiel. Und ja, MW2, da habe ich so meine Probleme im Moment mit. Es gibt kaum noch Maps, wo die Leute ordentlich spielen. Es gibt, ich zähle mir jetzt mal die Maps auf, auf denen man immer ordentlich spielen kann. Also ich sage 90% der Fällen. Das ist einmal Afghan, weil da wird echt wenig getubt, relativ wenig, im Gegensatz zu den anderen Maps. Viel, da wird immer noch viel getubt, aber immer noch relativ wenig zu den anderen Maps. Und ja, es ist so, dass man auf Afghan aufgrund der Spawns und der Map auch schlecht von Tubes gekillt werden kann und man da eigentlich immer gut was reißen kann, deshalb da habe ich auch noch drei Gameplays, glaube ich, von der Map. Äh, Underpass kann man auch spielen, aber auch nur je nachdem, wie die Gegner draußen sind, wenn sie Noob-Tuben, dann kannst du dich ja komplett vergessen, weil auf Underpass wird gerne genoob-Tuben ein bisschen, ein bisschen, ja. Äh, Terminal kann man eigentlich spielen, Terminal aber auch nur, wenn man halbwegs gute Gegner hat. Wenn die Gegner behindert sind, so wie sie in 90% der Fälle sind, dann kann man das nicht mehr spielen. Ähm, was hatte ich denn heute noch für eine Map gezockt? Ja, Subbase geht manchmal, aber da gehen die Killstreaks nicht so ab, das heißt, ich habe keinen Plan, was ich in MV2 machen soll, das ist ja nicht meine Schuld, ich bin ja ein guter Spieler eigentlich, das brauche ich jetzt hier nicht irgendwie verleugnen, ich bin ja nicht schlecht, aber die Gegner, die erlauben es mir einfach nicht gut zu spielen und dann wird es einfach immer schwieriger, Gameplays zu erspielen und der Spaß fehlt halt an dem Spiel. Äh, und das hat man alles den behinderten Gegnern zu verdanken. Äh, und ihr seht, die F2000, die verzieht ganz schön, das war auch, glaube ich, das erste Match an dem Tag, aber naja. Äh, und naja, deshalb spiele ich jetzt weniger MV2, ich werde jetzt natürlich weiter versuchen, eine Gameplays zu erspielen, ich habe noch ungefähr 5, 6, 7 Stück auf Lager, nicht nur MV2 Gameplays, sondern überhaupt Gameplays, Halo nicht, äh, also keine Halo Gameplays, sondern ungefähr 6, 7 COD Gameplays, äh, sogar noch ein MV3 Gameplay, wer hätte das gedacht? Und, äh, und naja, es kam ja Halo jetzt nicht so gut an, also viele meinten, sie wollen es nicht sehen und die Klicks waren jetzt auch nicht so berauschend und, äh, ja, jetzt, ich will jetzt hier nicht so als Klickgeier rüberkommen, weil ich ja so arsch viel Geld damit verdiene, äh, wenn ihr wüsstet, wie wenig das ist, aber naja. Ich sag ganz schön oft, aber naja, das sollte ich mir vielleicht abgewöhnen. Und, ja, es geht mir schon darum, dass ich viele Klicks habe, weil das motiviert mich, weil, wenn ich auf jedem Video 2000 Klicks habe, obwohl ich 5000 Abonnenten habe, äh, bei Halo, das ist einfach ziemlich beschissen und wenn ich dann MV2 hochlade, dann habe ich da oft, äh, 4000, 5000 Klicks, also das ist dann schon viel besser, äh, und, ja, deshalb kann ich, werde ich auch weniger Halo hochladen oder beziehungsweise gar nicht oder kaum mal schauen, nur wenn ich so extrem krasse Gameplays habe, weil das will ja halt kaum jemand sehen. Schade, aber ich kann es nachvollziehen, ehrlich gesagt. Äh, ja, so viel dazu, dann noch so eine Sache, ich habe jetzt 5500 irgendwas Abonnenten oder so und, äh, ich hatte eigentlich bei 5000 Abospecial Montage geplant, äh, der Editor war aber so ein bisschen, naja, extrem unzuverlässig, ja, äh, und er meinte, er kann keine Farmers Clips editieren, das kann selbst ich, verstehe das nicht, aber naja. Äh, deshalb werde ich schauen, dass ich zu meinem Geburtstag so eine Montage mache, der ist ja am 24. September, ist noch übel lange bis dahin hin, äh, noch, also anderthalb Monate, noch über anderthalb Monaten, und, ähm, ja, ich werde da den Editor fragen, den ich da ganz am Anfang für die 5000 Abospecial Montage gefragt habe, äh, weil jetzt hat er dann auch viel Zeit und ich hoffe, er macht das, äh, es wäre auf jeden Fall richtig geil, ich habe ihn schon geschrieben, er hat noch nicht zurückgeschrieben, aber naja, ich denke, ihr werdet an meinem Geburtstag eine Montage sehen, weil für 5000 Abospecial Montage ist es ja jetzt auch langsam zu spät. Ihr seht hier, ich habe die Nuke, ich hause sofort raus, aber das ist jetzt noch nicht vorbei, das Video, denn es kommt jetzt noch ein kleiner Clip, wir sehen jetzt hier noch, äh, Scoreboard, 35 zu 4 ist jetzt nicht so dolle, äh, zwei Tode weniger, wir wären ganz nett gewesen, aber einen habe ich mir auch selber reingedrückt, also von daher ist das jetzt auch nicht so schlimm. Das Kommentar ist jetzt noch nicht vorbei, ihr seht jetzt hier noch zwei Clips, der erste ist ein Hauptquartier-Clip, einer meiner besten Clips, der zweite ist ein, äh, Sprengkommando-Clip, der ist nicht so gut, aber auch ganz in Ordnung und es soll nur die Zeit überbrücken. Während ich euch noch, äh, ein paar Sachen sage, und zwar habe ich ein Facebook-Profil, da könnt ihr vorbeischauen, äh, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir wieder Waffen in die Kommentare schreibt, die ich benutzen soll für die nächsten Nukes und, äh, beziehungsweise mit denen ich Nukes probieren soll und, ähm, würde es mich freuen, wenn ihr den Link in der Beschreibung anklicken würdet und da einfach mal abstimmen würdet. Ihr könnt da drei Votes abgeben, äh, mit, gern auch mit mehreren E-Mails, denn, äh, es geht darum, dass Halo wieder in die MLG Pro Circuit aufgenommen wird und wir brauchen noch ein paar Votes, damit wir Platz 1 werden. Ähm, ich denke, wir müssen nicht mal unbedingt Platz 1 sein, es kostet euch kaum Zeit und es ist nichts Negatives für euch, ihr müsst nur einfach kurz, äh, Vote drücken, E-Mail eingeben, ihr kriegt auch keine E-Mails, keine Sorge, äh, und dann einfach drei Votes dafür abgeben. Das würde mich wirklich freuen und, äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir wieder Waffen in die Kommentare, schaut auf Facebook vorbei, klickt auf den Link unter StimmtUp und ich würde sagen, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, ciao!